Herzlich Willkommen, nicht Ihr Mediashop-Team, Nien. Herzlich Willkommen zu unserem Vibrolex-Anwender-Video. Hier erfahren Sie, wie Vibrolex richtig angewendet wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Beim Öffnen der Verpackung finden Sie der Gerät, das Strom-K-Kabel, die Silikon-Titte und eine Bedienung fern. Ebenso der Gerät, das Strom-K-Kabel, die Silikon-Titte und einen Trainingsplan. Dieser Plan zeigt Ihnen einen Trainingsplan. Sehen die relevante Trainingsübungen mit der jeweiligen Anleitung. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Gebrauchsanleitung gründlich zu lesen. Vor der ersten Verwendung gehen Sie bitte sicher, dass der Gerät auf flacher Titten steht. Bei empfindlichen Böden wie zum Beispiel Parkett oder Kek empfiehlt es sich, eine geeignete Unterlage zu verwenden, um mögliche Schichten oder Verfärfungen zu vermeiden. Stecken Sie nun das Netzgerät in die Messe und schließen Sie das Kabel am Gerät an. Nachdem Vibrolex einmal gepiepst hat und das Display leuchtet, ist es einsatzbereit. Das Gerät stellt Ihnen zwei Betriebsmodi zur Auszahl, den manuellen und den annuellen Modus. Beginnen wir mit dem manuellen Modus P1 und P4. Um zu beginnen, drücken Sie entweder wiederholt auf den Programmauswahlbutton P am Pult oder auf die MM-Taste auf der Bedienung fern, bis am Display P4 oder H0 erscheint. Are you sure about that? Eine Wirkung. Sichtbarer Erfolg. Sichtbar. Sieht man das? Unglaubliches Ergebnis ist einfach bequem. Einfach bequem. Der Sommer steht schon vor der Tür. Holen auch Sie sich eine Rind. Nice. Holen auch Sie sich endlich Ihre Traumfigur. Mit dem Wondercore Rock'n'Fat. Wow, das ist richtig cool. Oh, oh, oh. Erinnern Sie sich noch an das große, sperrige Vibrationsgerät Ihrer Großmutter? Okay. Niemand in der Familie wusste, wofür das wirklich gut war. Wondercore Rock'n'Fat bietet mehr Schwingbewegungen als jedes andere Vibrationssystem. Hör dir das an, aber wenn überall so viel Lärm und Geschrei sind, kann man nicht mal den Ton vom Fernseher hören. Nerv mich. Ist er zu laut, beschweren sich alle. Frasso. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mit OwnZone, nur so OwnZone, können Sie sich innerhalb von Sekunden mit jedem TV-Modell verbinden. Sain Donga-Fan. Schalten Sie ihn ein, und Sie werden alle anderen Geräusche ausblenden. Die originalen OwnZone kabellosen Kabel blenden das Video aus. Und dann! Mach die Wobbe. One time, and a two time, and a win the free time, and a walk it for a time. Mach die Wobbe. Genug gespürt wird. Ich weiß, dass du das kannst. Mach die Wobbe.